Leute, heute spielen wir eine Runde Minecraft Dem Run mit all meinen Freunden. Hallo. Alle Freunde und Gambo und Benson. Aktiviert mal die erste Falle, Lina. Seid ihr ready, Bombetti? Es geht los. Alter, yo. Was? Gambo wollte mich reinschlagen, der Kühlschrankkopf. Das stimmt überhaupt nicht. Okay, lauft, Leute, lauft, lauft, lauft. Oh mein Gott. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schafft ihr. Ja, Alter. Alter, guck mal, die schielen. Ja. Da war es jetzt nur noch ich, aber wieso? Ach, ihr lebt wieder. Ach, ihr habt zehn Leben. Du hast TNT auf dem Kopf, Logo. Hau mal ab, Digga, hau mal ab. Oh mein Gott, das ist die heiße Kartoffel. Das ist wirklich die heiße Kartoffel. Nein, Gambo, hau ab. Ja, wie? Ich schieb dir deine Kartoffel sonst. Oh, Ben, ja, wie? Nein, 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 nein. Ich mach hier einen ruhigen. Ich kann meine Fallen zweimal machen. Wie geht das? Was? Wieso wurde ich gekillt? Ich hab gar nichts gemacht. Lass auf Ben, Logo. Und, oh, wacht. Oh, jetzt kommt die Biene. Alter, die haben mich gewoneshottet, yo. Es hat Ben erwischt. Oh, es hat Logo und Gambo auch erwischt. Ja, aber one-shotten die mich jetzt die, ähm, 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 ja. Oh, 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 mein Gott, Logo. Ah, das war so gut. Yes, 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 yes. Ah, ich sehe, man muss die Farbe wählen. Yes, 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 yes. Jungs, es ist rot, es ist rot, es ist rot. Aua, 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 aua. Es ist wirklich rot. Nein, nein. Man kann ja gar nicht überleben. War es nicht rot? Bei dem Tunnel ist es rot, es ist bei dem Tunnel ist es rot. Es ist nicht rot. Doch, ich bin doch gerade durch. Aber warum bist du gestorben? Oh, oh. Äh, wegen der Lava, wegen der Lava. Was ist denn das jetzt hier? Das bewegt sich. Was ist, was ist, wenn ich den Knopf hier drücke? Jo, Manni, Lina. Ich weiß doch was. Ey, Logo! Mach doch mal einen Sprung, Gambo. Mach doch mal einen Sprung. Logo, toll. Okay. Insel. Oh nein. Okay, okay, warte. Okay, kann ich mich nicht schlagen, nicht schlagen. Ja, nicht schlagen. Ben kommt. Nein, Logo! Oh, ey! Okay. Logo, äh, Gambo meine ich. Schenkbo! Oh mein Gott. Gambo hat mich den Rücken geschlagen. Ich hab's voll gesehen. Ich hab's voll auf Band. Ich werde jetzt den nur noch trollen. Okay. Was ist das hier alles? Hier kommt ein Furzgeräusch. Oh mein Gott, einen Warden höre ich, glaube ich, da. Ich habe früher auf High-Film mal Deathrun gespielt. Ich weiß, was ich tue. Ich kann nur noch. Ich kann nur noch. Oh, Dino! Das hätte Ben fast eingefroren. Oh, jetzt seid ihr an den einen schon vorbei. Oh, ihr rast mega heftig hier gerade durch. Ja, wir sind bei allen jetzt hier. Ciao, Gambo. Und zack. Checkpoint! Okay, ich warte am nächsten Checkpoint auf euch, Jungs. Ich warte auf diesen Checkpoint auf euch. Ich werde von so einem Typen verfolgt. Ich dachte kurz. Oha. Komm, Jungs, wir haben auch nicht mehr ewig Zeit. Los, 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 los. Hey, ich bin doch rausgesprungen. Oh nein, verdammt. Oh, Gambo ist so schnell. Los, Gambo. Ohohohoho. Junge, mich hat es komplett weggekommen. Wo ist denn Ben? Ich bin auch gestorben. Wenn ich so durchspeede, passiert mir nichts. Ja, war's. Mann. Ich habe ein bisschen rumgetrickst mit Elina, aber es ist nach hinten losgegangen, tatsächlich. Äh, was? Junge, Elina, guck mal, ich komme lieber hinter vorne. Was soll denn das? Ja, ja, die Falle wurde gerade ausgelöst. Los, 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 los. Die wurde gerade ausgelöst von Logo. Was ist das denn jetzt hier? Oh, ich wusste ich. Oh, danke, Logo. Hä? Ich stand doch im Checkpoint. Nein, das war noch eine Station weiter. Nein, das war eine Station. Ich bin so gebrochen, also. Ich dachte, ich stehe im Checkpoint. Los, Gambo, los, los, los. Ich mache wieder Backup. Los. Was, was, was? Was hast du mich gemacht? Einfach drüberlaufen, los. Lauf, Lauf, Gambo, lauf. Und? Gammbo ist Zweiter. Haben die Fallen einen Cooldown? Oder kannst du die nur ein Mal machen? Ich kann die nur ein einziges Mal machen. Oh, es hat gefurzt. Oh nein. Oh, der Froggy. Hast du das gesehen? Bonusherz. Der hat seine Zunge rausgenommen. Ich schaff das, ich schaff das. Nein, nein, nein. Alter, Logo hat's weggesch... Was ist das denn? Was ist das? Oh mein Gott, Michael, Kiste da hinten. Ich glaube, da ist so ein Item-Dreff. Alter, die hat mich so weggerontschottet. Wie, Gambo wird mich einfach wie ein NPC da schon gewartet hat, bis ich's mache. Ben, pass auf, die Sanddecke, das ist es nicht. Glaub mir mal. Ich weiß gar nicht, was das macht. Oh, ich kann hier die Leute abschießen. Ich bin doch gar nicht in dem Gebiet. Wie komme ich hier raus? Ach so. Mann, du fettes Kind. Oh, wow. Was ist denn jetzt los? Die steht da und kämpft da mit ihrem Bogen. Ich kämpfe da nicht. Ihr schafft das, Jungs. Ihr schafft das. Wie viele Leben habt ihr noch? Stimmt. Wie viele Leben haben? Vier. Vier nur noch? Ich auch. Das ist echt blöd. Mann, Gambo, wirklich, du nervst ab nochmal. Dass ich dich da jetzt drüber springen lasse, kannst du komplett vergessen. Guck mich nicht so an. Guck weg. Aber warum denn? Wir sind doch Freunde. Du wolltest mich wieder in den Tod schlagen. Hier kommt man. Oh, der ist abfroren. Jungs, kommt schon. Noch ein kleines Stück hier hinten geht's runter. Das saft der nächste Checkpoint. Was ist das denn hier? Ich komme da nicht hinterher. Ich komme da nicht hinterher. Ich bin zu schnell. Ich habe auch nur vier. Nein. Da wolltest du zu viel, Ben. Ja, jetzt wird Gambo an diesem Ding auf mich campen, Alter. Die Arsgeier. Okay. Mach nochmal die Falle da bei diesem Floß, Elina. Ich kann das nicht nochmal machen, leider. Oh, nur noch die Hälfte der Zeit, Jungs. Wenn wir das verlieren, wird das richtig peinlich. Ja. Das ist hier wie die Gambo da eingefroren. Nein, guckt nicht, ich bin korrekt. Ich bin korrekt. Ich bin korrekt. Ja, du bist tot. Wie ich mal hinterher rennen. Geil, ey. Geil, geil, geil. Was, schnell, denn ich sage hier runter. Läuft. Oh, Mann. Oh, Mann, ey, das kann doch nicht sein. Okay, okay, die sind weiter, die sind weitergekommen. Moin. Was ist denn das hier? Oh, das hier. Oh, Mann. Nein, Riesenboot. Das war nicht mein Checkpoint. Ich muss das... Ich muss alles nochmal machen. Ich habe nur noch zwei Leben. Kümmer dich doch mal am Logo und nicht immer am Müll. Ist wirklich so. Logo. Logo hat nach Arsch viele Leben. Geh mal hier durch. Komm schon. Oh, mein Gott. Komm schon. Komm schon. Ah. Hast du da gerade gestroht? Hast du den Sprung nicht geschafft, Gambo? Ja, das war gar kein Checkpoint. Ich wusste nicht mal griepen. Er hat den Sprung von selbst nicht geschafft, Junge. Ist das alles krank hier wirklich? Christoph ist kein Körper. Ich weiß gar nicht, wo der Checkpoint hier gerade ist. Ja, da war kein Checkpoint. Oh, nein. Ja, richtig cool. Elina, es geht vor zu Logo, Alter. Nerv mich. Aber Logo ist hinter dir. Hä? Echt? Ja. Logo war hinter mir? Aber trotzdem, Logo hat viel mehr... Er hat mich einfach reingeschaut. Ich bin raus. Elina, Logo hat doch zehn Herzen. Kümmer dich um diese. Nerv mich nicht. Nein, habe ich nicht. Im Tab werden nur die Leben angezeigt, die man gerade hat. Ich habe nur noch drei Herzen. Ich habe eins nur noch. Logo hat gesnitcht. Ich bin raus. Ich habe nur noch eins, ey. Du hast mein allerletztes Leben. Okay, man. Konzentriere dich. Konzentriere dich. Wo ist der jetzt? Der hinter mir? Nee, ne? Nee, der ist vor dir. Oh, er outsmart mich hier. Kampo liegt hier dreimal tot in dem Grund. Ja, mein Logo habe ich da reingeschaut. Hä? Jetzt bin ich wieder... Ja, der Checkpoint ist ganz, ganz weit hinten. Lass mich mal durch. So ein Checkpoint, da kriegst du noch ein Leben. Ich glaube, hier ist die letzte Falle. Oh, Mist. Warte mal, hier geht es ja weiter. Muss man hier überhaupt runter? Äh, ähm... Kampo, hier zurückblicken, tut es mir ehrlich gesagt leid. Das ist das asozial. Kannst du mir das verzeihen? Ach, man stirbt ja, wenn man da runterfliegt. Das habe ich jetzt erst verstanden. Ich bin da dreimal runtergesprungen. Ben, du bist raus! Ja. Mann! So eine Kacke, Alter. Ich wusste nicht, dass das eine Falle ist. Vielleicht schafft es Logo gegen mich. Wie soll ich das denn mit Solo-Fokus schaffen? Äh, ich guck einfach nicht hin. Oh, Mist, oh... Danger Zone kommt jetzt. Oh nein, please, can you make a thumbnail? Please! Hey! Even if you're in the Danger Zone, please make a thumbnail. Ja, du bist richtig kurz vorm Ziel. Ich habe hier nur einen Knopf. Aber warte. Oh nein! Ja, du hast verkackt, der hat gewonnen! Ist das Kacke? Nein, er hat noch nicht gewonnen. Äh? Choose a Minigame? Kommt das epische Eins-gegen-Eins-Battle gegen den Killer. Jetzt darf nämlich Logo aussuchen, welches er auswählt. Steve says run und hide and seek. Ich will Tintay run! Oh, oh. Oh, oh. Hey, wir machen alle mit. Hä? Oha, da seid ihr ja wie das. Ach so, Tintay run, ganz vergessen. Habt ihr... Nein, los! Kabo, ich hab das gesehen. Hä? Wie geht das? Ich hab mal sich selbst gegrieft. Wie geht denn das? Nina, wir müssen jetzt hier auch zusammenarbeiten. Ach so, so geht das. Okay. Weil wir ganz oben sind. Ich geh rechts. Liebe kriegen sich da unten, ey. Wir chillen uns hier oben einen ab. Ja, okay, okay. Das sind Fall Guys Tactics. Ja, ja. Und dann fallen wir einfach alle Stockwerke runter. Oh, ich hab vergessen. Ich hab auch verkackt. Das ist schlecht. Jetzt kann ich ja unendlich hier oben bleiben, oder? Ja, nur noch gut bis. Gabo, Gabo, geh weg, Gabo, geh weg. Ich hasse dich. Oh, was ist denn da passiert? Aua. Was denn da passiert, Gabo, hä? Mit wem legst du dich her? Nicht mit Elina. Ja, Benson. Ich bin so weggeblieft, ey. Na, ich bin raus. Oh, Gabo ist raus. Nur noch Logo, ich und Benson. Logo, mach die weg. Mach die weg. Oh nein. Mach die weg, Logo. Der ist... Nein. Mach die weg, Logo. Ich hab einen schlechten Weg gewählt. Oh, nein. Hä? Blende zu schwarz? Ich bin ganz oben noch. Ich hab nur gelebt. Hä? Warte, wir haben... Hä? Wir haben Elina rausgefüllt. Die Sprinter haben gewonnen. Wir sind ein Team. Das haben wir gut gemacht. Oh, alter Schwier. Junge, da haben wir performt. Aber da war das ja voll doof, dass ich Gabo da geblieft habe. Ja, da war das ja wirklich nachteilhaft, dass ich Gabo da reingeschlagen habe. Ich wünsche euch viel Glück, Leute. Ja, 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 ja. Ich war jetzt direkt im Fest, Alter. Wer will Seilspringen, Leute? Wollt ihr Seilspringen? Was macht denn Logo jetzt, Alter? So rennt der immer so rein. Du täuscht... Du täuscht es ja nicht mal an, oder so. Ich warte nur auf Logo. Ich drück nur mein Logo. Okay, mach, mach. Ich hasse dich. Ach, das ist dieses Kartoffel-Ding. Logo hat's. Elina hat's. Logo hat's. Elina hat's. Logo hat's. Logo hat's immer noch. Logo hat's immer noch. Elina hat's. Elina hat's. Elina hat's. Logo hat's. Logo hat's. Elina hat's. Elina. Nein, die wollen wir nicht. Gabo kämpft links hinter dem schwarzen. Links hinter dem schwarzen. Ja, Yimmy. Gabo hat's. Gabo hat's. Nein. Oh, ja. Gott sei Dank. Nein, Logo cheatet. Oh, bitte lass es nicht geswappt sein. Yes. Das kleine, das kleine Sackle. Nein, nein. Ich bin so, ich hätte mir Zeit nehmen sollen. Nein. Das Geile ist, ich habe eigentlich mal eine Falle vor mir. Ich habe einfach, ich habe einfach zu, ich habe mich zu sehr gehetzt. Hallo, hallo, hallo. Mein Logo hat euch übelst jetzt Dings gegeben. Ey, das krank. Gampo, ich hasse dich. Gampo, warum machst du sowas mit mir? Mein Herz, tut weh. Ja, der wäre Checkpoint gewesen. Ich bin so ein Versager. Ich bin Letzte. Yippie. Ich bin Letzte. Ja. Und schüss. Ich bin im Knast. Ich bin im Knast. Ich bin in meinem Auto. Come on. Was machst du denn? Ich check hier was. Ich muss hier kurz alles überprüfen. Welche Falle habe ich noch nicht gemacht? Irgendeine Falle habe ich noch nicht gemacht hier. Ich hasse dich, Ben, wenn du das machst. Ich hasse dich, Ben. Geh da hinten hin. Geh durch. Gampo, kann ich aber warte. Hä, ist Logo eigentlich durchgerannt? Digga, Gampo, wieso sagst du mir das nicht? Ich glaube, wir rinnt zum Ziel oder so. Ich ist auf der Ziel gerannt. Guck dir die da an. Oh nein, hier ist diese Mimik-Kiste. Da denke ich doch safe drauf. Oder kann man dann ja vorbei? Wie habt ihr das davor gemacht? Gampo, Gampo, du warst doch dabei. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Du kamst da einfach vorbei. Dann links außen und dann oben lang. Kann man so nerven. Ich hole uns das. Okay, hier sind die Schneeschieber. Nein, ich habe die Baumstämme verkackt. Okay, wir sind safe, Gampo. Oh nein, nicht die Baumstämme. Der ist schon bei den Baumstämmen? Oh, das hier sieht richtig cool aus. Wirklich, kann man so hässlich sein. Checkpoint. Ich habe ein Herz dazu bekommen. Man muss sich hier halt einmal opfern für die Sprengung. Ich konzentriere mich jetzt ausschließlich auf Logo. Hier ist die Kiste hin. Ja, Gampo, wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir sind vor Logo. Was? Wir sind vor Logo? Ja, ihr habt es halt geschafft. Gampo, du fällst mir in den Rücken. Mann, verdammt. Oh, hä, aber du bist doch da runtergesprungen. Nein, ich bin da dran vorbei. Also ich bin runter und beim ersten Mal geht man da nicht drauf. Okay, was wollen wir spielen? Red Light, Green Light. Castle Snipers? Boah, Steve Sales? Nee. Was ist Grossy Mod? Castle Snipers, das klingt cool. Das ist das langweiligste von allen. Echt? Wir gegen Ben oder was? Das ist doch perfekt. Was müssen Sie unseren Lebensblock verteidigen? Und wie schießt Sie? Soll ich das alleine gewinnen? Du bist doch Waltz, äh, Varro, äh, Suro, Titan. Walten-Gewinner. Okay, hier ist so eine Brücke. Okay, wir haben unendlich Leben. Das ist ja geil. Muss man auf diesen Lebensblock schießen? Ach nee, man muss den abbauen. Wir haben unendlich Leben. Kann man auch unseren eigenen abbauen? Hallo. Hallo, warte. Wie soll ich das? Stark. Der ist unten, oder? Ey. Oh, der ist oben. Der ist oben, Leute. Wie soll ich das allein gewinnen? Das ist krank. Los. Rush die Castle, rush die Castle. Los, Gambo, zerstör den Block. Gambo checkt nix. Okay, wie kommt man jetzt zu dem Block? Nein, ich bin durch den Regenbogen gefallen. Die Map ist zu krass. Mann, das ist voll schwer, das Game. Nein. Aber alles ist One-Shot. Ich bin durch den Regenbogen gefallen. Ja, ist mir auch passiert. Wie soll man das? Ich verstehe nicht ganz, wie man das machen soll. Ich auch nicht so ganz. Wo muss man denn eigentlich langen? Wir müssen den Lebensblock... Benjamin, es reicht! Elina, hier vorne Ben! Oh oh. Oh oh. Nein. Ich wollte gar nicht treffen. Ich wollte den wieder drin. Ich habe den Lebensblock. Hast du ihn? Gleich, gleich, gleich. Du musst doch... Hä? Mann, er ist kaputt. Ja, es kann nicht sterben. Wie viele Herzen hast du? Aber Ben hat bessere Waffen, oder? Nein, ich bin einfach nur besser. Aber ich sterbe jetzt. Ich bin einfach nur besser. Das liegt am Ende. Schlack dir in den Rücken. Let's go. Okay, das war das erste Leben. Wie viele Leben hast du noch? Rücke rüber. Ups. Ey, er rinnt zu uns. Nein, wenn er unseren Lebensblock zerstört. Nein, das wird er vielleicht machen. Ja, und dann hat er legit noch eine Chance. Er geht zu unserem Lebensblock. Achtung, der Lebensblock. Achtung. Okay, okay. Unser Lebensblock ist weg. Ja, scheiße. Elina haut mich im letzten Moment runter. Dieses... Das war voll schwer, Leipzig. Easy go. Hab euch gewinnen lassen. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Deathrun mit all meinen Freunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass da ein Like und ein Abo da. Haut da rein. Tschüssi. 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 Tschüssi.